Braucht es überhaupt Pflanzenschutzmittel? Auch Unkräuter bedrohen die Ernte. Wenn Konkurrenten von Kulturpflanzen überhand nehmen, gibt es keinen Ertrag. Dabei muss man sich bewusst sein, Landwirtschaft ist per Definition ein Eingriff in die Natur. Der Bauer bewirtschaftet das Land, um einen Ertrag zu erzielen. Aber die Natur möchte das Land stetig wieder zurückerobern. Pflanzenschutzmittel, die den Ertrag der Kulturpflanzen vor Unkräutern schützen, werden Herbizide genannt. Sie schützen die Nutzpflanzen vor der Konkurrenz von Unkräutern um Licht, Wasser, Nährstoffe und damit den Landwirt vor Ertragsverlust. Gewisse Nutzpflanzen sind Primadonnen und ertragen niemanden neben sich. Mais gehört zum Beispiel zu dieser Art. Herbizide schützen die Ernte auch vor giftigen Unkräutern, die mitgeerntet werden könnten. Sie leisten damit einen Beitrag an die Lebensmittelsicherheit. Herbizide schützen die Kulturen in der Schweiz vor Unkräutern. Sie sichern die Erträge. Herbizide. Herbizide. Herbizide.